So, meine Damen und Herren, und jetzt wollen wir euch mal zeigen, wie das alles so funktioniert! Diese ganze Slayer-Sache! Ah! Heavy Metal Kid Du spielst schnell wie der Wind Doch kennt keiner deine Band Doch du weißt, ihr habt Talent Auch wenn Mama bettelt Es wird weiter Heavy Metal Du liebst Mama zwar so sehr, ja Aber noch mehr liebst du Acker! Welche Band wollt ihr unbedingt sehen? Black and White Die Rakete Black and White G1 Chaos Einmal das Pack und Black and White Die Rakete Wir wollen immer, immer mehr Die meisten Feiernden sind angekommen und wir mischen uns jetzt mal unter das feiernde Volk und schauen, was sie sozusagen haben Ende 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 Ich kann nur ein bisschen Gitarre Ich spiel nochmal kurz G-Dur In das Fernsehen, kommt das in das Fernsehen? Es ist der Acker Festival Samstag Ich stehe hier mit einem jungen Mann, der mich fragt, ob das in das Fernsehen kommt Warum? Keine Ahnung, so eine Idee, weißt du? Ich habe gehört, dass Sibylle mit dem Klempner geschlafen hat und der Monika aber nichts davon erzählt hat Dieses Kleine, diese Gemeinschaft, die hier noch vorhanden ist, das finde ich ganz geil Hallo Hallo Eigentlich muss ich auch nochmal so beendet Seehunde Lebe mit mir Das Für sie heilig Nicht so schwer Sie Mögen das Wasser und Rauchen Fällen Aber Seehunde Können Fällen Seehunde Heute gibt es Fernsehen? Nein, 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 nein.